Hallo und herzlich willkommen in unserem letzten Tührchen unserer aktuellen Session und Max ist drittes Ding und hoffentlich Nagellack. Lippenstift. Lippenstift. Heute kriegt Max wunderbar rotglänzenden Lippenstift. Dieser Lippenstift hat den Farbenton Hollywood Red. Habe ich so schon. Und es heißt Max, du musst heute so nach Hause gehen. Bitte. Ne. Doch bitte. Ne. Nein, das darfst du nicht vorher wegmachen, Max. Bitte. Bitte. Ich will wissen, wie deine Eltern reagiert haben. Du darfst bestimmt nie wieder herkommen, aber ist egal. Das hier wird jetzt Max neuer Lippenton Hollywood Red. Ich hatte immerhin Beauty Beige. Ja, du hast ja so ein Beige. Wie soll ich das machen? Weiß ich nicht. Das ist einfach so. Moment. Hör mal auf zu lachen. Ich mal dir meine 10er an. Und nein, dich mal ich auch anrufen. Hör mal auf zu lachen. Ich werde gerade abgeleckt vom Hund. Ich bin fast fertig. Hör mal auf zu lachen. Das ist super schwer zu treffen. Ich zittere. Hör mal auf zu lachen. Ich zittere. Das ist wunderschön. Super. Oh Gott. Oh, Max gefällt sich. Das lassen wir jetzt also so. So, das ist der neue Max. Nach drei Folgen Beauty-Verschönerung habt ihr das Vorher-Nachher-Bild. Ich finde, wir sehen deutlich besser aus. Beim nächsten Mal ist dann wieder eine neue Session. Das beim nächsten Mal erlebt ihr dann das Ganze wieder entkeimt. Entschwingt. Entkeimt. Und damit eure Meinung dazu in die Kommentare gerne. Hollywood Red ist, glaube ich, absolut Max Hauston. Haut. Hautton. Und dann sehen wir uns. Ja, weil ich auch rote Haare habe. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschau. Puh. Wunderbar. Meine Eltern wissen, was ich hier dachte. Ja, ich habe dem Messer erzählt. Also ich bin hier so. Nein, nein. Lass das so, Max. Bitte. Nein. Aber du kannst. Das ist lustig. Ja, lustig ist es. Aber ich auch. Na nur. Es ist lustig. Ja, lustig ist es.